Willkommen hier zu diesem neuen Video von Selbstorientiert für Mediziner. Dabei ist das folgende ein Highlight-Ausschnitt, der ausschließlich das zeigt, was ihr jetzt wissen wollt. Und dabei wünsche ich euch ganz viel Spaß. Zudem haben wir viele hilfreiche Lernhilfen, unter anderem auch Videos über die gesamte Vorklinik, als Kurs für euch in der Videobeschreibung verlinkt. Schaut da gerne rein und jetzt viel Spaß mit dem Video. Kommen wir nun zu dem nächsten Teil und zwar kommen wir jetzt zu der Kardia. Bei der Kardia ist es so, dass wir grundsätzlich die Parskardia vorfinden. Das ist ein schmaler, ringförmiger Schleimhautstreifen am Mageneingang. Und ganz wichtig, und das muss hervorgehoben werden, ist, dass hier die Ablösung der zweischichtigen Tunica muscularis, der Speiseröhre, also das Oesophagus, mit der dreischichtigen Tunica muscularis von dem Magen stattfindet. Das heißt, das ist ganz wichtig, dass wir hier eine Ablösung dieser Strukturen haben und dass wir hier das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel haben und das entsprechend sich dann in das einschichtige Epithel des Magens verändert. Das heißt ganz wichtig, das mehrschichtige, unverhornte Plattenepithel wird zu einem einschichtigen Epithel. Bitte entschuldigt hier den Rechtschreibfehler in unserer Folie. Außerdem, und das ist, warum der Übergang von Oesophagus zum Zircadia immer wieder abgefragt wird und gerne auch Bestandteil von entsprechenden Prüfungen ist, ist, dass wir hier die Ora Serata vorfinden, beziehungsweise die Z-Linie. Das ist dabei der Übergang zwischen diesen beiden Epithelien und dementsprechend kann man das Ganze natürlich sehr schön histologisch betrachten. Die Ora Serata ist dabei histologisch nicht nur besonders interessant, weil wir eben hier den Übergang der entsprechenden Epithelien vorfinden. Nein, wir finden hier auch entsprechend eine sehr interessante Struktur vor, die histologisch, aber eben auch klinisch sehr relevant ist. Deswegen ist es gerne auch Bestandteil von Prüfungsfragen. Also hier merken, der Übergang von Oesophagus durch die Ora Serata zum Magen ist ab Zahnreihe 36 bis 40 cm abwärts gelegen. Nun war es mit dem Highlight-Part. Das heißt, ihr habt jetzt den Ausschnitt gesehen, der für euch relevant war, nachdem ihr auf das Video geklickt habt. Natürlich haben wir aber noch viele weitere interessante Inhalte zu genau diesem Thema. Falls euch die interessieren, bleibt jetzt einfach dran und dabei ganz viel Spaß. Let's go! Grundsätzlich möchten wir vorweg darauf hinweisen, dass wir leider keine Rechte an histologischen Präparaten, entsprechend auch nicht an den entsprechenden Bildern haben. Falls ihr die braucht, um bestimmte Sachen zu verstehen, was in der Histologie ja immer wichtig ist, dann wäre es durchaus sinnvoll, sich parallel vielleicht ein entsprechendes Präparat aufzumachen. Wir stellen euch jetzt aber grundlegend erstmal den Wandaufbau vor. Der Wandaufbau, der Wand des Magens, ist zwischen 3 bis 10 mm dick und dementsprechend eine ganz typische Größenordnung. Dabei orientiert sie sich grundsätzlich an den entsprechenden Grundgegebenheiten, die wir im Verdauungstrakt vorfinden können, im Magen-Darm-Trakt und dementsprechend erwarten uns in diesem Fall keine großartigen Besonderheiten beim Wandaufbau. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass wir die Tunica muscularis vorfinden. In dieser Tunica muscularis findet sich dabei der Plexus myentericus vor. Die Tunica muscularis unterteilt sich dann grundsätzlich in das Stratum longitudinale, Stratum zirkulare und das Fibre oblique. Das Fibre oblique sind dabei schräge Muskeln, die schräg nach vorne ziehen und dementsprechend eine Schrägmuskulatur hier vorfinden lässt. Dann haben wir beim Stratum zirkulare eine Ringmuskulatur und beim Stratum longitudinale haben wir eine entsprechende Längsmuskulatur. Dann finden wir die Tela submucosa vor. Die ist insofern wichtig, als dass wir in dieser Tela submucosa den Plexus submucosus vorfinden. Wichtig ist dabei, dass ihr grundsätzlich zwischen den Begriffen Tunica und Tela unterscheidet. Häufig wird das nämlich in Prüfungen falsch gemacht. Das heißt, dass hier einfach grundsätzlich nur gesagt wird Tunica muscularis, Tunica submucosa und Tunica mucosa. Tunica mucosa, das ist falsch. Dementsprechend achtet darauf, dass es die Tela submucosa ist. Dann kommen wir zur Tunica mucosa. Die Tunica mucosa besteht dabei grundsätzlich aus der Lamina muscularis, der Lamina propria und der Lamina epithialis. Und dann haben wir noch die Foveole gastricae sowie auch die Aregastricae. Die Aregastricae sind letztendlich, wie der Name schon vermuten lässt, feldfelderförmige Areale. Die sind dabei begrenzt durch einzelne Furchen. Und dann haben wir noch die Magengrübchen, nämlich die Foveole gastricae. Die kann man auf diesen einzelnen Aregastricae erkennen. Und die sind dementsprechend durch Einsenkung der Magenschleimhaut entstanden. Und im ganzen Magen, und das ist sicherlich nochmal histologisch sehr wichtig, ist das Epithel einschichtig zylindrisch. Und den Aufbau hatten wir euch ja gerade schon in der entsprechenden anatomischen Riederung dargestellt. Kommen wir nun zum Fundus und Korpus. Der Fundus und Korpus besteht aus bis zu sieben tubulösen Magendrüsen. Das heißt, diese tubulösen Magendrüsen münden jeweils, oder dort münden jeweils die Foveole gastricae. Und sie finden sich dann entsprechend in der Glandule gastricae propriae vor. Und ganz wichtig ist, dass die unverzweigten Drüsen entsprechend größtenteils gestreckt bis zu Lamina muscularis Mucose verlaufen. Wichtig ist außerdem, dass ihr hier histologisch nur selten oder nur ganz wenig Bindegewebe vorfinden werdet. Und das natürlich ein Hauptaussagenmerkmal über das entsprechende histologische Präparat dann ermöglicht. Das heißt, wenn ihr Fundus und Korpus histologisch vorfindet, dann könnt ihr das typischerweise daran erkennen, dass ihr auch sehr wenig Bindegewebe habt. Und vor allen Dingen folgende drei Hauptzellen, beziehungsweise Nebenzellen und Belegzellen. Die Hauptzellen, die basophilen Hauptzellen, befinden sich typischerweise im Hauptteil der Drüsen. Und im Drüsengrund sind halt ein Basal, sehr viel Raus, ER und Sitzernieren, Pepsinogene, die im apikalen Sekretgranular, also dem sogenannten Zymogengranular, gespeichert sind. Und ganz wichtig ist, dass an diesem Granular dann die Hauptzellen gut zu erkennen sind. Im unteren Bereich des Hauptteils verlaufen dann die Magendrüsen etwas gewundener. Das lässt sich dann typischerweise auch nochmal vorfinden. Dann haben wir die Nebenzellen. Die sind relativ klein. Sie finden sich typischerweise im Halsbereich der Magendrüsen vor. Und ganz wichtig ist, dass sie zwischen den Belegzellen eingekeilt sind und dort dann einen Schleim produzieren, nämlich die Muzine. Und der unterscheidet sich natürlich von dem des Oberflächenepithels. Und dementsprechend können sie durchaus auch myköse Halszellen genannt werden. Interessant sind jetzt insbesondere die Belegzellen. Sie werden typischerweise auch Parietalzellen genannt. Das haben wir euch auch einmal hier entsprechend aufgeschrieben. Lassen sich sehr schön erkennen daran, dass wir einen großen pyramidenförmigen Aufbau haben. Die Belegzellen sind meistens dreieckig. Das heißt, sie haben einen kugeligen Kern und weisen mit der Spitze dann zum Lumen der Magendrüse. Außerdem haben wir eine Wölbung in das Bindegewebe. Und dort lässt sich gleich erkennen, dass sie aufgrund der vielen Mitochondrien sehr eingefärbt sind. Das heißt, wenn wir zum Beispiel Eosin vorfinden, ein saurer Stoff, dann ist es typischerweise sehr hell rot anleuchten oder aufleuchten. Die Aufgabe der Belegzellen ist dabei die Produktion der Salzsäure. Und dementsprechend ist so die Garantie vorhanden, dass der Weg in das Magenlupen relativ klein ist. Falls ihr ein elektron-mikroskopisches Bild vorfindet, dann kann man an aktivierenden Belegzellen tiefe kanälchenförmige Einsenkungen der apikalen Zellmembranen erkennen. Und das nennt man dann intrazelluläre Sekretkanälchen, also sogenannte Canalikuli. Und an den Einsenkungen finden sich zahlreiche Mikrovilli. Das ist insofern interessant, weil dort die H-Plus-Cat-Plus-ATPase vorzufinden ist. Und damit soll es es auch zum Fundus und Korpus gewesen sein. Beim Pylorus ist es jetzt wichtig zu beachten, dass dieser Pylorus durchaus breiter ist als die vorherig vorgefundene Paskadiaka. Das ist und anderem dann wichtig, wenn man das im histologischen Vergleich sich anguckt, aber auch wenn man bestimmte Präparate sich bestimmen muss. Ganz wichtig ist natürlich, dass die Paspylorica am Magenausgang liegt, entsprechend des Namens und am Übergang zum Duodenum sich vorfindet. Das heißt typischerweise, wenn ihr das in der Prüfung vorfindet, dann wird hier ein Übergangspräparat genutzt, also vom Pylorus zum Duodenum. Und dabei finden sich hier einige Foveole vor mit Pylorus-Drüsen. Dabei sind das helle Zellen, die dann verzweigt sind. Ganz wichtig ist, dass die deutlich tiefer sind, als wir das vorher finden konnten, also im Fundus-Korpus-Bereich, wo das durchaus vorzusehen war. Außerdem sind sie natürlich deutlich kürzer, nicht nur deutlich heller, sondern auch deutlich kürzer. Außerdem finden wir in der Paspylorica dann auch entsprechende Endokrine-Zellen vor, insbesondere G-Zellen. Warum der Name? Naja, sie produzieren Gastrin. Dementsprechend ist es auch relativ einfach, sich zu merken. Außerdem haben wir hier eine deutlich ausgebildetere Tunica muscularis. Das führt dazu, dass wir hier also einen kräftigen Ringmuskular haben. Und das ist ein Spinkter, der hier deutlich besser ausgebildet ist. Außerdem haben wir eine mittlere Schicht des Stratum zirkulare, die im Pylorus-Bereich auch deutlich verdickt ist. Und das führt dazu, dass wir den Muskuspinkler Pylori vorstellen.